Der Wölkersmann ist in der Falle. ... weil da die Leistung auf der Brille das Oberstück ist. Der Oberstück ist ziemlich beteilig, das Oberstück in den Kamm zu halten. Ja, aber ich schaue, ich schaue, ich schaue, ich schaue. Ich schaue, ich schaue, ich schaue, ich schaue. Ich schaue, ich schaue, ich schaue, ich schaue. Vielen Dank.